Schauen wir mal, ob wir heute was zum Essen kriegen. Ja, das Abendessen ist gesichert. Ein bisschen klein, aber geht. Ja, dann schmeiß ihn wieder rein. Ah, nein, das ist Samdarathie. Das ist gar nicht gelernt, das ist was Samdarathie. Ja, das ist schon ein Speisefisch. Geht's nicht raus? Gut. Gut. Gut.